Was zeichnet einen guten Keynote-Speaker zum Thema Change Management aus? Change Management ist seit Jahren das Thema in der Unternehmenswelt. Nicht erst in Krisenzeiten, auch zum Thema Digitalisierung, Globalisierung, bedeutet es für die Unternehmen, die Welt dreht sich immer schneller. Und wir müssen mit diesem Tempo standhalten. Und so müssen die Unternehmen sich stetig verändern, im Positiven wandeln. Und was kann jetzt ein externer Redner zu diesem Thema Change Management eigentlich beisteuern? Er kann aus seinem Blickwinkel zu diesem Thema berichten. Für mich als Pilot hat das Thema Veränderung eine ganz besondere Bedeutung. Wenn in 13 Kilometern Höhe nicht alles genau nach Plan läuft und ein Notfall eintritt, dann können wir nicht mal eben rechts ranfahren und einen Stuhlkreis bilden. Da oben musst du handeln. Du musst die Verantwortung für die Situation übernehmen. Und ein Vortrag zum Thema Change Management sollte die Menschen ermutigen, Veränderungen voranzutreiben, sich auch mal trauen, Fehler machen zu dürfen. Denn aus Fehlern entstehen neue Ideen, Innovationen. Und ein guter Vortrag zum Thema Change Management bietet immer einen besonderen, einzigartigen Blickwinkel zu diesem vielschichtigen Thema. Kommen Sie gut an. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018